Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Da haben wir nicht zu viel, fahren jetzt los, Alter. Ist das dein Ernst? Ja. Das ist Max, Raucher Max. Guckt euch seine Simmer an. Ganz okay. Wer bist du? Ich habe mal gerade zufällig kennengelernt. Tag. Gustav, ne? Ich bin dein Vater. Gustav. Nein, ich bin dein Vater. Mein Vater? Das ist deine Simmer. Finde ich ganz nice. Das ist original. Frag mich, was du da für ein Kennzeichen hast. Hast du eins gemacht? Ja. Stark. Ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Let's go, liken, abonnieren, Glock aktivieren. Hör mal vor. Vielleicht vom LKW noch überfahren werden hier wegen Gustav oder Giles. Keine Ahnung. Du hast du einen Blick auf den Kopf? Abs. Du hast du einen Blick auf den Kopf. Wir sind. Wir sind. Super lustig für alle Fans Aber wir machen das zu jung Und ich wundere, wo du bist Wie der Mann sagt, der Grußgab abkommt So wie der Pferd weiß ob der Rock irgendwie Und welche Fletten hat oder Flocken Keine Ahnung, ach du Scheiße Ach du Scheiße, da komm die Bulle Da komm die Bulle Die Polizei verfolgt die, der Typ hat keinen Führerschein. Geil, Digga, wie geht denn bei denen ab, Alter? Die suchen den, wo ist der Lang, Alter? Die suchen den, ne? Der ist gerade durchgefahren, oder? Digga, was geht denn bei dem? Die hat sich einfach verpisst. Die hat keinen Führerschein, ne? Papiere sind nicht zugelassen? Nee, gar nicht. Leute, nein, gerne. Warte mal, suchen wir den da? Digga! Scheiße! Der wird echt verfolgt, Alter! Der wird echt verfolgt! Alter, die Karte hört sich echt unnommal! Ja, ja! Der ist echt abgehauen von der Polizei, Digga! Alles auf Aufnahme! Ja! Scheiße! Das ist geil! Winnie, pass auf! Ich bin gespannt, wo das Typ ist, Alter! Digga, wo ist denn der Typ hin, Alter? Ich bin jetzt schon mal Ich bin jetzt schon mal Nein, nein, Leute, wem haben wir hier getroffen? Der ist echt vor den Boden abgehauen, ne? Warte mal kurz Digga, die haben dich die ganze Zeit verfolgt, oder? Die sind mir die ganze Zeit hinterhergefahren Und wo bist du dann gefahren? Digga, ich kann mich sogar noch daran erinnern An der Kreuzung, kannst du sagen, da sind wir angehalten Und haben geguckt, ob der links oder rechts gefahren ist Digga, wo bist du langgefahren? Digga, ich bin straight up, wo die Kreuzung kamen, rechts Digga, Leute, der ist krank Dafür liken, abonnieren Ich würde sagen, die Folge war krank, oder? Ja War wilde Folge auf dem Abend Ich habe doch sogar am Anfang gesagt, dass das richtig spannend wird jetzt Ja, du hast doch gesagt, dass die Heute kommen Bullen, Digga Heute kommen Bullen? Ja Meine Karre ist legal, seine Karre ist illegal Eine ist legal Oh Mann